So ihr Lieben, ich bin jetzt bereit, ein bisschen weiter zu kommen in dem, ja, darin. Und zwar will ich verwandelt werden in einem Animagus. Ich bin jetzt im letzten Teil und in der ersten Aufgabe. Und ich muss mich mit Penny treffen. Oh, Penny, was ist los? Warum riecht dein Atem wie Allraubenblätter? Äh, keine Ahnung. Sag mir Bescheid, wenn du dich je in ein Tier verwandelst, Mace. Ich bring dir deinen Lecker rein und führe dich gassi. Äh, ja. Ob ich's will, weiß ich nicht. Also, ey, cool, ja. Hi. Penny. Was machst du in unserem Unterricht für Zaubertränke? Laut magischen Rundfunk kommt ein Riesengewitter, Mace. Wenn du den Animagus-Tang nicht zu Beginn des Gewitters trinkst, müssen wir wieder ganz von vorne anfangen. Äh, ich kann den Trang jetzt nicht einfach nehmen. Snape wird's merken. Nun, du musst ihn holen, sobald der Unterricht zu Ende ist. Und hoffen wir, dass das Gewitter nicht allzu früh kommt. Wow, 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 wow. Okay, dann machen wir mal die Unterricht. Stopp. So, Snape. Oh, nein. Auf dem Regal sind die Totanen für den heutigen Unterricht. Wir sollten sie uns ansehen. Äh, ja. Du bleib in deiner Ecke, bitte. Warten wir kurz. Ah. Ah. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?